Du suchst eine Parfum-Empfehlung für Frauen, was frisch weiblich riecht. Ähnlich wie Olympia von Paco Rabanne. First of all, ich finde Olympia riecht nicht frisch. Er riecht natürlich weiblich, aber für mich riecht er einfach süß. Also ich habe ihn damals gehabt. Aber ich würde dir was anderes empfehlen, wenn du sagst, du möchtest, was frisch weiblich ist. Einer der besten von Dolce & Gabbana werde ich immer wieder empfehlen. Und zwar ist das der One Gold Intense. Das ist ein Duft, der riecht für mich nach Mandarine, der riecht für mich nach Sauberkeit. Hat was leicht Süßes, aber trotzdem auch so eine frische Note. Und du glaubst nicht, wie viele Komplimente ich schon zu diesem Duft bekommen habe. Das hier ist Erdbeer-Champagner im Flakon. Der Duft riecht für mich einfach wie ein Tag, an dem du am Pool liegst mit einem Champagnerglas in der Hand. Mit frischen Erdbeeren, die noch gekühlt sind. Und du genießt einfach dein Leben. Das hier ist auch gute Laune im Flakon. Der hier könnte dir auf jeden Fall auch gefallen. Das ist ein sehr frischer Duft, der riecht so ein bisschen nach Sauberkeit. Auch sehr blumig, kostet einfach so wenig Geld. Und riecht für mich einfach komplett feminin.